Hallöchen, hallo, hallo, ja willkommen zu Minecraft Items wieder mit und wir sind gerade ein bisschen wieder dabei uns ein paar Höhlen zu erkunden beziehungsweise du hüllst eine Höhle aus für den Bahnhof, ne? Ja, also eigentlich nur unnützes Zeug, also. Ja, stimmt, eigentlich nur unnützes Zeug und ich habe jetzt eine Karte gebastelt und werde jetzt diese Karte füllen. Oh. Wo ist's? Ja, was? Die Karte ist ja schon gleich entdeckt. Wow, wie krass. Voll cool. Ja. Obwohl ich gar nicht rumgelaufen bin, ist schon alles entdeckt. Wow. Auf der anderen Seite sehe ich ganz viel Rot, das ist bestimmt Lava. Ja. Hä, interessant. Ach cool, das ist anscheinend, weil wir da tatsächlich schon mal rumgelaufen sind, sieht man das dann so alles. Ja, wie gesagt, die Welt geladen wurde da schon, deswegen. Ja. Nur das Problem ist, ich bin nur gerade so am Rand drauf, das ist ja schade. Hm, bisschen mehr wäre ich gerne schon drauf. Egal, ne coole Karte haben wir schon mal. Die hänge ich mir an die Wand. Äh, wenn ich denn alles da hätte, was ich dafür bräuchte. Wenn ja. Ich glaube, ich brauche ja nur ein Leder. Und dann könnte ich mir daraus einen Rahmen craften und dann könnte ich die Karte da reinhängen. Wenn ich jetzt mich nicht zu sehr irre. So, das packen wir mal hier hin. Und zack dran. Ja. Kann man so zeigen. Oh, ja. Lustig, man sieht sogar den Weg oben auf den Berg hoch, den ich gebastelt habe. Interessant. Oh, er muss umher vorbeikommen und schauen, was du erst so treibst. Ja, man sieht nicht so wahnsinnig viel auf der Karte, aber zumindest so ein bisschen was. Aber das Rote finde ich interessant. Das ist wahrscheinlich echt so ein großer Lava-Fall, der sich voll über das gesamte Gebiet erstreckt. Das holes Gestein könnte auch sein. Holes Gestein, das könnte auch sein. Ja, das stimmt. So, einen Amboss. Dann wollte ich mir ja noch eine neue Angel basteln, damit ich dann Luck of the Sea da drauf pulvern kann. Ach ja. Ich habe ja diese tolle Verzauberung hier. Ja, ich weiß noch. Du hast mir die Frage, was das überhaupt bedeutet hat. Ja, genau. Da war ich mir ja echt unschlüssig. Da war ich echt überhaupt nicht bescheid angeln. So. Wo? Na ja, wenn du es noch bis zum Steinbeuchte hast, kannst du wohl vorbeikommen. Okay. Wenn ich Steinbeuchte komme ich vorbei. Ich glaube, das hört sich nach einem Angebot an. Okay. Sollst du willst du Holz haben? Nein, ich habe echt nicht so wahnsinnig viel. Also ich habe zumindest kein Orkwood-Holz mehr. Ja. Ja, ich nehme es als Kohler, so sehr als Brennstoff. Soll ich auch nehmen sie das? Da kannst du auch Lava nehmen. Oh, ich sehe da drüben eine Hexe, die wir auf jeden Fall hin sterben. Ja, die haben wir vernichtet. Den Creeper mache ich auch mal kurz kaputt. Und dann... Oh, das ging daneben. Oh, Creeper, ja, mein Liebster Frau. Ja. Wir haben es ja schon mal vernommen, dass du sehr viel Spaß mit denen hast. Hatte es. Ich hatte. Ja, oder hat es, genau. So, ja, ich hatte ja schon mit Hexen auch viel Spaß. Oh, die Hexe hat sogar auch Schwarzpulver getroppt. Oh, Zorro ist auch. Auf dem Server. Ja, Zorro ist auch online. Da habe ich vorhin auch schon gemerkt. Gerade hat sich vorhin eingeloggt irgendwann. So, also, ähm, Bahnhof müssen wir auch rücken, dann früher oder später ja basteln, ne? Ah, ich weiß jetzt noch nicht. Ich muss hier erstmal gucken, dass ich überhaupt mein Häuschen halbwegs fertig kriege hier. Ähm, ich sollte ja mal rüberkommen. Damit wir mal ein bisschen Stein holen können. Andere. Ich bring dir ein wenig... Obwohl zum Verbrennen ist das ja eigentlich fast zu schade, das schöne Holz. Das war halt für Werkzeuge. Ja, ich bring dir mal ein Stack mit. Okay, immerhin. Ist ja auch was, ne? Und da muss ich eigentlich auch meine angenommen ausprobieren. Hier oben ist meine Taverne auch schon fertig. Oh, Taverne auch. Gibt mal was, wie irgendwas gesagt? Ja, sieht noch nicht so aus wie Siedler, aber, ja, weiß nicht. Eigentlich ist noch nicht wirklich innen eingerichtet von außen, von außen so ein bisschen. Also das Grundgerüst steht, aber, äh, drinnen ist es noch nicht, äh, nicht wirklich fertig. Da fehlt noch einiges. Oh, naja. Ich hab, ähm, Frage rausche ich gerade bei dir ein bisschen. Nö, geht eigentlich. Ah, nämlich, ich hab, nein, die Einschlaube von TeamSpeak gesehen, man kann rauschen ausstellen. Ah, okay. Und du hast jetzt rauschen an? Ne, ich hab's ausgestellt. Achso. So. Das wäre immer noch nicht besser. Ne, es geht. Also es ist höchstens nur ganz leicht. So. Dann fahren wir mal los. Und zu dir rüber. Und hoffentlich komm ich an. Ich warte. Helbert. Ach, schade, keine Pfeile gerade. Ich bin gern abgeschossen, aber geht mir nicht. Pfeile. Ich hab noch ein paar. Ich kann ja auch ein paar Pfeile da lassen. Oh. Oh, ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Das ist doch da drüben von Nick Fighter das Häuschen schon. Ja, und dein Häuschen sieht man natürlich auch schon aus größerer Entfernung. Das ist ja auch schon sehr offensichtlich da auf dem Berg. Ja. Sehr schön zu sehen. Hm. Ich habe ja auch schon die Behausung von Kay gefunden. Oh, da stehen jetzt auch viele Türchen. Ach, goldene Verhausarme. Ja. Und was ich noch nicht gefunden habe, ist das von Simon das Häuschen. Hab ich aber auch keine Ahnung. Irgendwo wohnen da, aber ich weiß nicht wo. Doch, ich war schon mal da. Auf dem Berg. Aber ein Stück weiter gibt es bei dir ja. Ah. Einmal auf Old Rom und Künstler. Achtung, Creeper. Ja, okay. Höhöhö. Naja, wir richten da sowieso keinen Schaden an. Also insofern geht es ja. Jo, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Ach, hier drin ist mein Pferd noch. Ganz vergessen. Ja, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Cadgus Pferd. Das hat noch keinen Namen. Hat das schon einen Namen? Ja, noch nicht. Ich wollte halt noch so einen Namen. Stimmt, es gibt ja Namensschilder, ne. Damit geht das ja auch. Oh, das, äh, ich will jetzt, ich will jetzt gleich mal das ausprobieren. Hier meine coole Angel. Was jetzt da passiert? Ob beim Regen auch mehr Fische anbeißen? Bislang kommt noch nichts. Mhm. Ich bin mal echt gespannt. Wahrscheinlich hat man dann eine höhere Chance irgendwelche tollen Fische zu kriegen. Wow, ein Seerosenblatt. Das hat sich vor allem im Grunde schätzt. Aber hier haben wir Hausleucht auch gut. Ja, also das leuchtet echt zum Beispiel. Das sieht man von unten auf jeden Fall sehr schön. Ach, verdammt, das war noch nichts. Ah, aah. Oh, hey, Zombie. Die kommt in der, ich glaube wir, ich, angeln lieber später irgendwann mal. Hier, geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Geh nochmal hoch. Tüm, tüm, laufe vor. Ich folge dir diese wahnsinnig... Ach guck mal, ein Creeper läuft da auch schon wieder rum. Ist ja schön. Hier, du hast doch noch Kohle in der Wand. Ach, ist aber schön auch, wenn wir uns hier abbauen. Das soll doch naturgetreuer aussehen. Ja. Ja, stimmt. Oh, ich höre einen Zombie. Diese Treppe ist echt sehr riskant. Ja. Bist du da schon mal runtergefallen? Ich glaube... Nee, doch. Ich glaube, in der Einfolge hat man alles gesehen, dass du da mal so halb runtergeputzelt bist. Ja, ich auch schon öfter. Ja. Oh Mann. Aber das passiert ja auch echt schnell mal. Aber sehr schön. Och jo, ein paar Felder hier. Ein bisschen was. So ein bisschen was. Hast du auf jeden Fall ordentlich angepflanzt. Dann hier oben. Ach, hier sind auch noch Spender. Wofür hast du dir die Dispenser? Sie hat mir mal geholfen, so. Das war langweilig. Aber wofür waren die denn? Das man also... Das automatische Hühner-Reinkommen und wenn... Eben offenlegen wird, Lava rauskommt. Okay. Okay. Aber das ist weiter. Für die Hühner dann. Ja, okay. Und die Eier landen dann automatisch hier drin. Ach, so, okay. Oh, du Hühnchen. Ganz schönes Geschnatter da drin. Lava und Leere einmal. Hm, hm. Ach so, und die Lava hast du dann wofür? Damit die Hühner dann da einfach... ...gesterben. Ja, das war zu viel wert. Ja, geh schnell. Dann kriegst du auch noch ein bisschen Fleisch und so. Schön gegrillt auch noch. Ach ja, und hier oben ein bisschen dann Häuschen. Sieht der echt örtlich anders aus als... ...als erst letztes Mal da war. Ja, ich weiß, ich glaube hier noch ein Stück höher. Oh, Redstone hast du auch schon eine ganze Menge. Und fünf Diamanten schon. Das war ne, die damals aus der Schlucht, ne? Die du gefunden hast. Ja. Ja, voll cool. Ich hab immer noch keine gefunden. Ah, das ist... ...ist das... ...Diurid? Ja, aber... ...ich glaub, der weiter... ...der Rörelation. Ja, der aufgerüstete. Ach, cool. Ja, schönes, großes Häuschen. Ja, hier kommt Saches drauf, man. Ganz viele Kisten. Hey, ja, ich... ...ich weiß noch nicht, wie ich das bei mir dann mache. Ich muss auch irgendwie gucken, dass hier ganz viele Kisten... Oh, da liegt ein Apfel. Und da drüben steht ein Kürbis. Das ist der Spawn, die Spawn-Insel drüben, ne? Ja. Ah. Cool. Ein kürzerer Weg. Sieht von hier so... ...die sieht von hier so... ...nach aus. Ja, stimmt. Du hattest dich ja damals auch einfach da so rüber gebaut. Nee, nach unten, dann wie nach oben. Also hab ich so kreiskörmig den Weg nach oben gebaut. Ja, aber irgendwann hast du dich da auch mit dieser komischen... ...Stelze da rüber gebastelt, ne? Ja, wegen Schafen. Ach so. Auch da ein bisschen was. Ja, ach cool. Da hab ich gesagt, Paul, irgendwo anders hinzugehen. Ja, das stimmt. Also ich hab mittlerweile sogar Schafe gefunden. Oben auf dem Berg, bei mir in der Nähe sind tatsächlich ziemlich viele Kür und Schafe... ...und auch ein paar Schweine, meine ich. Ich lichte mehr hier unten ein Stackholz rein. Ja, und dafür, dass es genug ist, Stein. Oh, wie viel darf ich noch mal mitnehmen? Oh, mecker, ich hab' nur, und ich hab' mir einfach mal so... Ich weiß nicht. 5 Stacks, nee, mir das reicht, das war's, möchtest du noch was Schönes haben? Ja, ich hab' noch Pfeile, wolltest du doch, ne? Ja, Pfeile, dann auch schön. So, leg dich auch noch mal da rein. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was du gerade brauchst. Ja, ich sag' mal, mein Bahnhof, mal so. Ach, da, weil du jetzt anfängst zu basteln. Ja. Ja, das ist gut, da geh' auch noch mal schnell hin. Da geh' auch noch mal fix in die Wildnis. Bage, also nicht fertig, erst im Bau, also. Ja, ich hab' noch nicht mal angefangen damit, das dauert noch ne ganze Weile, glaub' ich, bis der fertig ist. Und dann müssen wir ja auch gucken, mit Gemeinschaftsbahnhof oder sonst wie, wie man das macht. Ja, könnte ich aber eigentlich machen, schon noch riesiger Bahnhof. Oh, Wolken. Ja, wie nur. Wie nur. Wolken durch die Wand. Ach ja, da geht's nicht. Durch den Berg. Oh, 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 oh. Geht hier schön runter. Ja, das ist einfach nur 80. Ach, nur 80. 25 ist es angefangen, ne? Ich muss ja nicht irgendwann mal die Wand rausruppen. Also die Decke noch ein bisschen tiefer. Ja, wenn ich mal Zeit hab, also. Wenn ich auch Lust dazu hätte. Also, ja, ich kann ja sonst mal ein bisschen mithelfen. Links oder rechts? Dann kreis runter. Aber, ne, 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 warte mal. Da links kreis runter. Ja, ja, okay. Das geht ja echt ganz schön. Ganz schön weit hier. Nicht schlecht. Oing, 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 oing. Ja, das ist noch geschuld. Die Planung. Ah, das wird der Bahnhof, wie das hier alles? Dieses riesige Beat. Du, dann geht's mal mit dem Kreuz. Wuh. Den Weg weiter, ja. Perfekt. Und hier ist irgendwie gut. Ach, da ist auch eine Workbench. Mensch, ist das deine, oder ist das die von Gameboy? Ich glaub, kein, kann. Weiß ich gar nicht. Cool, einfach zufällig stand die schon hier. Oh, heißen. Redstone, Redstone. Äh, wir drüben, und gibt's bisschen was. Ne, ich sag jetzt. Äh, okay, eins noch, so, okay. Ja, die Diamanten, Diamanten. Vier Stück sogar, oh, oh, und Redstone ist hier so viel, oh, oh, ist aber cool. Da hat aber jemand richtig Strip-Mining betrieben, ne? Das ist auch kein Wunder, dass man so viel Zeug findet. Ich hörns gerade. Ja, die, die, die Gänge hier, ich sieh' gerade mal. Ja, also, da sieht man ja schon echt so links, rechts, überall Strip-Mining. Ja, vielleicht sollte man das doch mal betreiben, aber ich weiß nicht, ich find das immer ein bisschen doof mit Strip-Mining. Das ist, das macht ja keinen Spaß dann. Ja, genau, man kann's ja auch so in der Höhle finden, hast du ja auch geschafft. Halt, hier müssen wir dann. Höhöhöh. So, dann geh ich mal wieder hoch. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Ich werd mich mal langsam auf den Rückweg wieder machen und bei mir auch ein bisschen was basteln oder ausheben. Ich weiß noch nicht, was ich am besten jetzt mache. Ich könnte auch erst mal meine Hafenmauer weitermachen, damit dann der Hafenmauer fertig wird. Ja, da noch. Ähm. Ähm. Für Minecarts paar Strecken hab ich noch in meiner Kiste liegen. Ja, die Gleise, ne? Ich hab auch noch drei Stacks oder so. Und ein paar Antriebsschienen hab ich auch irgendwo gefunden gehabt. Perfekt. Ähm. Zwei Minecarts hab ich auch noch, also da kannst du dich dann auch schon mal bedienen, wenn dein Hafenmauer, wenn dein Bahnhof fertig ist. Achso, du musst dann am besten auch mir die Koordinaten mal schreiben, damit wir dann unsere Bahnhöfe direkt verbinden können. Ja. Das wär's bei uns zuerst. Ja, genau. Ach, verdammt, ich bin zu hoch gelaufen. Nein, jetzt bin ich in einem Häuschen. Ja, ich würde auch gerne mal so einen Aufzug mit Minecarts fahren. Kennst du sowas? Ja, stimmt. Das geht auch, oder ging ja früher auch mit einem Schiff. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch geht. Mit den neuen Schiffen. Aber mit den alten ging das auch. Mit Minecraft, das wär auch ganz hilfreich. Ja, halt einfach, wie immer, Treppenhoch ging, wie immer, klick mal kurz mal durch, auf einmal ist was schon oben. Ja, genau. Und dann wundervoll halt, bisschen Wasser. Ja, beplatsch. Oh, wobei, ich bin bei so einer Aktion auch schon mal gestorben, obwohl das Wasser eigentlich tief genug war. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Eigentlich war es Wasser tief genug, aber ich bin trotzdem da hingerafft. Ja. Ja. Und Nickfighter hat auch da oben sich eine schöne Treppe dahin gebastelt. Aber ich glaube, der macht derzeit noch nicht so viel, wie sonst. Nee, den habe ich auch nicht so oft mehr gesehen in der letzten Zeit. Ja, aber er hat die meisten Tode irgendwie. Ja, das stimmt. Ich merke immer nur daran, dass er spielt, dass sein Todes-Counter irgendwie nach oben schnellt. Ja, Simon hat jetzt auch ein weiterer Tod noch gesehen. Ich glaube, er hatte mal acht. Stimmt, er hatte zehn. Ja, stimmt, er stand gestern noch bei acht oder neun. Jetzt hat er zehn. Aber ich bin auch schon bei sieben. Ich bin gestern auch einmal gestorben. Ich habe einen tollen Skelettschädel gekriegt in der Nitterfestung. Ja. Ja, und dann bin ich direkt gestorben, bin unten auf dem Boden aufgeschlagen und ausgerechnet der Skelettschädel ist natürlich in die Lava gefallen, die links daneben lag. Tü-dü. Verbrannt. Naja, passiert. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich hier am besten das dann bastel. Also ich könnte hier anfangen. Ah ja, dass wir noch nachgeschrieben haben, auch für Cook, wegen dem einen Video. Weißt du noch? Ähm, wegen des Tons. Ja. Ja. Das ist der zweite Kommentar. Nach den ersten Beinen. Ja, naja, es war schon, weiß nicht, ich habe gedacht, ach, ich schreibe da nochmal, damit du da weißt. Ähm, ist das so okay? Soll ich das so machen mit der Mauer? Ich glaube, ich mache das so, ja. Ja, ich habe einfach gedacht, hm. Also es war halt nicht so problematisch, aber der In-Games High-Ond war halt schon laut genug. Ja, habe ich gedacht. Ja, das stimmt, das hat man halt dann nicht mehr so, aber das passiert mir auch manchmal noch. Obwohl man irgendwie auch guckt, ob das alles halbwegs passt, aber manchmal bringt es dann auch nichts mit. Ja, keine Ahnung, manchmal läuft es so doof. Kann man eigentlich, muss die Kobbel sich jetzt selber herstellen, oder ist das immer noch in den Mods irgendwie drin? Weiß ich gar nicht, als ich nicht kenne es nur, das war mir ein Wassereimer und daraus nach oben Kobbelstor. Ja, genau, habe ich auch, aber das funktioniert leider nicht, schade. Dann geht das so in den Mods, ärgerlich. Ärgerlich, egal, was soll's, macht ja nix. So, dann werde ich hier jetzt die Hafenmauer weiterbasteln, ein bisschen. Ich muss mal gucken. Ah, hier so ein bisschen Gitter wäre eigentlich auch optimal. Gitter, hast du Eisengitter? Ja, genau, so ein paar Eisengitter. Das wäre richtig cool, glaube ich. Das kostet, glaube ich, um die sechs Eisen, so viel ich noch weiß. Ja, genau, sechs Stück von den Eisen und dann kann man da, die könnte ich dann irgendwo hier so zwischen... Oh, jetzt habe ich keinen Mossy-Kobbel mehr. Nein! Die könnte man dann schön dazwischen irgendwie so hinballern. So, und dann machen wir jetzt einmal so alles mit Kobbel dicht. Oh, was? 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 Wir schneiden, doofen Zombie. Einer Zombie. Nein, Zombie. Ein Zombie. Ein Zombie. Ja, Zombie. Ja, wir können nicht spoilern. Ja, Zombie sind böse. Wobei, die mir noch als Gegner immer am liebsten sind hier. Creeper. Ja, wobei Creeper habe ich auch nicht so das Problem, weil man merkt ja, wenn sie angreifen. Man sieht sie ja, also und man hört sie ja. Und inzwischen tun sie ihn eigentlich auch nicht. Und vor allem, wenn sie einmal explodiert sind, sind sie auch weg. Das heißt, mehr als einmal Schaden machen können sie nicht. Aber wenn es dann solche Hexen gibt oder so, die erstmal einen schönen Giftdrank draufhauen. Und noch ein paar Skelette dazu, die dann schön reinknallen. Das macht dann nicht so viel Spaß. Okay, ich komm, ich hab ein Problem, ich komm irgendwie bei ihm. Wo ist die Zombies, wo kommen die noch her? Hast du uns Spawner? Nein, ich hab keine Ahnung. Manchmal sammeln die sich auch einfach so in großen Mengen. Das ist total merkwürdig. Hab' ja auch schon... Okay, ich muss, glaub ich, du ein bisschen zumachen, dass da keine mehr hinkommen. So, dann, ich glaube, ich mach' ein paar Treppenstüfchen. Oh ja, ich glaub' ich mach' ein paar Treppenstufen. Die knall' ich dann da ran. Expect lag for a short while. Okay. So. Ah, save the world. Ähm, dann machen wir mal... Und hier... Machen wir mal ein paar Cobblestone-Stufen. So. Äh, und es ist Nacht. Das wird Nacht. Das wird Nacht.